Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war AchiGaming. Hallo wieder am Start, heute hier auf dem Clip-Channel mit einem exklusiven Video für euch. Und zwar geht es heute um die Bundesliga-Jahres-Rückblick-Aufgabe. Ich bekomme ganz viele Fragen über Instagram, aber natürlich auch über das Video von gestern Abend. Nochmal rein in die YouTube-Kommentare. Emma, wie funktioniert das denn eigentlich? Ich habe eigentlich gestern schon im Abendvideo thematisiert, wie die Aufgaben funktionieren. Ich wollte euch aber jetzt nochmal hier einen Anlaufpunkt geben mit diesem Video, wo ihr dann draufklicken könnt und wo ihr einfach eine Antwort auf die ganzen Fragen bekommt. Zum einen haben wir jetzt hier eben Rätsel, die wir lösen müssen. Und wie die zu lösen sind, das möchte ich euch heute mit quasi geben in diesem Video. Wir werden also alles gerne spannend durchgeben. Außerdem werde ich euch noch ein Team mit an die Hand geben. Ich habe schon ein Team gebildet, wie es funktioniert. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt rein. Bevor wir rein starten, die kurze Erinnerung, lasst gerne Liebe da. Ich hoffe, wenn ich euch weiterhelfen kann, damit lasst ihr auch gerne Support da. Teilt das Video gerne mit eurem Freund, damit eben das kein Geheimnis mehr ist, wie diese Aufgaben funktionieren. Und falls ihr neu seid, solltet ihr gerne auch kostenlos mal ein Abo dalassen. Dann sehen wir uns heute Abend natürlich auf dem Clips-Channel oder auch auf dem Hauptkanal. Links dazu in der Beschreibung. Sehr, sehr gerne wieder. Also, Bundesliga-Jahresrückblick. Die Frage, wie können wir das bitte lösen? Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Und es gibt ja diesmal sogar doppelte Erfahrungspunkte. Da ist es erstmal, und das ist die wichtige Information. Also erstmal vorweg, neun Tage, acht Stunden. An diesem Samstagmorgen, wo ich das Ganze jetzt hier aufnehme, habt ihr noch Zeit? Und da heißt es dann, löse diese Bundesliga 22, 23 Rätsel. In Squad-Battles, mindestens Stufe Halb-Profi oder Rivals und in Foot-Champions. Alle Boni sind untauschbar. Das ist schon mal die erste Frage. In welchen Modi können wir das bitte abschließen? Das steht oben drauf. Ihr seht es da links neben meiner Facecam-Freunde, auf dieser Seite. Hier seht ihr es da einmal, da steht es. In Squad-Battles mindestens auf Halb-Profi müsst ihr gehen. Oder in Rivals oder auch Foot-Champs. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Und als vorweg schon mal, ich würde auf jeden Fall nicht eure Foot-Champs-Games dafür quasi wegschmeißen. Ich würde entweder in Rivals reingehen oder eben in Squad-Battles. Und für den größten Teil würde ich wahrscheinlich in Squad-Battles einfach auf Halb-Profi gehen und dann ganz entspannt die Aufgaben machen. Das erstmal direkt mein erster kleiner Tipp vorweg. Ja, und dann haben wir jetzt eben insgesamt sieben Aufgaben zu bewältigen. Und da starten wir mal mit Stechen wie eine Biene. Da heißt es, dieses Team hatte einen großartigen Start eben in FIFA oder in FIFA 2023 auch schon in das Jahr eben 2023 mit einer starken Ungeschlagenheitsserie in der Liga. Ja, und da heißt es dann weiter, stelle eben den Lauf nach, um dieses Rätsel zu lösen. Für die Startelf sind vier Spieler dieses Vereins erforderlich. Und wir sehen es schon ein bisschen an dem Namen, Stechen wie eine Biene. Das deutet natürlich darauf hin, dass es eben BVB-Spieler sein müssen, Dortmund-Spieler, ja. Und die Aufgabe ist einfach, ihr seht schon, 0 vor 8 ist der Fortschritt. Also wir müssen acht Spiele eben mit BVB-Spielern, in dem Fall eben mit vier. Da steht es ja, für die Startelf sind vier Spieler dieses Vereins erforderlich. Also wir brauchen also acht Games, müssen wir da spielen, wo wir eben vier BVB-Spieler in der Startelf haben. Also mindestens vier Spieler müssen in der Startelf sein vom BVB, eben dann zum Beispiel in einem Squad-Battles-Game auf mindestens halb Profi, in einem Rivals-Game, beziehungsweise von Champions-Game. Ich weiß nicht, ob ihr da teilweise vielleicht sogar ein Fro-Champ-Squad teilweise durch habt. Dann könnt ihr es natürlich auch damit machen. Aber wie gesagt, hier die Voraussetzung, und da steht es ganz klar, in der Startelf müssen vier BVB-Spieler sein. Und dann müssen wir einfach nur spielen, ja. Es geht hier nicht um Gewinnen. Viele haben auch schon geschrieben, dass sie es mit Gewinnen gemacht haben. Viele haben gesagt, nee, nee, der reicht ein Spiel. Also deshalb sage ich es ja auch hier jetzt acht Spiele eben, wo wir dann für eben die Startelf vier BVB-Spieler brauchen. Ihr seht das ja auch, ob sich das eben vom Fortschritt her weiterentwickelt. Ihr seht es ja, ob es dann eben sieggebunden ist, aber oder spielgebunden. Aber aus meiner Information ist es spielgebunden. Also da ist jetzt nicht fordernd Gewinnen, ja. Aber je nachdem, wer die Aufgaben löst, gewinnt ihr sowieso das Game. Und dann, aber dazu kommen wir gleich, dazu kommen wir später mit dem Teambuilding-Maßnahmen. Kommen wir direkt zum zweiten. Zu der zweiten Aufgabe. Das ist Jubel bei Mewa. Da haben wir auch schon gestern im Abendvideo auf dem Hauptkanal ein bisschen drüber gesprochen. Da ist Mainz unter anderem mit gemeint. Lesen wir kurz die Aufgabe durch. Und da heißt es, die überragende Leistung dieses Spielers verhilft seinem Team zu einem komfortablen Sieg. Hut ab heißt es dann weiter und kannst du dieses Rätsel lösen. So, Ono Sivo ist damit gemeint. So, der ist Österreicher. Und hier ist mir folgende Aufgabe. Also Jubel bei Mewa, haben wir gestern schon im Video gesagt. Damit ist Mainz gemeint, dementsprechend Ono Sivo. Und um genau zu sein, was damit gemeint ist, ist der Hattrick von Ono Sivo in einem Game. Ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem. Aber es geht eben um einen Hattrick. Und das ist die Aufgabe erstmal mit einem Österreicher. Jetzt aber ganz, ganz wichtig für euch hinter die Ohren zu schreiben. Es muss eben nicht Ono Sivo sein. Es muss kein Mainz-Spieler sein, sondern ein x-beliebiger Österreicher. Also es geht darum, dass ihr eben in einem Spiel, das ist aber auch 0 vor 1 der Fortschritt, in einem Spiel ein Hattrick mit einem Österreicher macht. Also das ist die Aufgabe Nummer 2. Ein Hattrick mit einem Österreicher für die zweite Aufgabe für 2500 Erfahrungspunkte. Als dritte Aufgabe, lesen wir auch schon am Namen, bayerischer Sieg. Darum geht es natürlich um die Bayern-Spieler. Bayern München, darum geht es da. Und da heißt es erstmal, der Saisonstart war voller Action. Ein einseitiges Spiel, in dem eine Mannschaft ein halbes Dutzend Tore schoss, stelle ihre Dominanz nach, um dieses Rest zu lösen. Und das auch 0 von 1. Das heißt, ein Spiel ist hier erstmal gefordert. Und da geht es eben darum, dass wir sechs Tore, ich habe es mir ja aufgeschrieben, in einem Spiel mit Bayern-Spielern machen müssen. Beziehungsweise, ja, da habe ich auch unterschiedlich gelesen. Der eine hat gesagt, ich habe mit einem Spieler sechs Tore gemacht. Das hat funktioniert. Der andere hat gesagt, ich habe mit jeweils sechs Spielern, oder sechs unterschiedlichen Spielern, oder unterschiedlichen Spielern, also verteilt diese sechs Tore auf zwei oder drei Spieler, die Tore gemacht. Das scheint also einfach nur zu sein, dass ein Bayern-Spieler es sein muss, der die Tore macht. Da ist es einfach nur wichtig, sechs Tore in einem Spiel eben mit Bayern-Spielern zu erzielen. Das ist die Aufgabe Nummer drei. Und dafür bekommen wir weitere 2.500 Erfahrungspunkte. Also hinter die Ohren schreiben, sechs Tore in einem Spiel mit Bayern-Spielern. Vierte Aufgabe, tolles Remis. Da heißt es, es gibt niemals auf. Auch wenn es so aussieht, als sei es vorbei, gibt es immer eine Chance. Dieses Team hat mit diesem erstaunlichen späten Comeback seine bullige Seite gezeigt. Kannst du dieses Rätsel lösen. Und da habe ich gestern auch schon gesagt, bullige Seite. Also hier ist auch ganz, ganz bedeutend, wie sie eben auch hier quasi die Sprache wählen. Bullige Seite, natürlich da thematisch Red Bull Leipzig. Red Bull Leipzig und da geht es eben Comeback darum, dass wir drei Tore mit eben Red Bull Leipzig-Spielern eben in einem Spiel, wieder Fortschritt 0 von 1, eben machen. Dafür bekommen wir, und das ist mega easy, Freunde, ein 1181-plus-Bundesliga-Pack. Das ist mal mega nice. Also unabhängig davon, ob ihr alles machen wollt, aber diese Aufgabe müsst ihr auf jeden Fall machen. Die vierte Aufgabe geht um Red Bull Leipzig. Drei Tore mit den Red Bull-Spielern eben machen. Genau. So, dann Abstiegskampf. Die nächste Aufgabe, Freunde. Ein Team aus der Hauptstadt, da wissen wir schon, Berlin, hat es bildslang schwer. Es geht um Hertha BSC Berlin. Schießt sie am Ende des 31. Spieltags auf ihre Saisonsiegquote, um dieses Rätsel zu lösen. Und diese Quote ist eben sechs Punkte. Ja, und dementsprechend hier 0 von 6 der Fortschritt. Das dauert etwas länger, weil wir eben sechs Games insgesamt brauchen. Und da geht es darum, dass wir eben sowohl treffen, als auch gewinnen mit Hertha-Spielern. Also, in jeweils den sechs Spielen dann insgesamt, müssen wir eben treffen und gewinnen mit einem Hertha-Spieler. Dazu gleich aber nochmal genauer mehr. 2.500 Erfahrungspunkte gibt es da zurück. Nächste Aufgabe ist die Top 5. Und da geht es eben darum, dass am Ende des 31. Spieltags diese fünf Vereine eben an der Tabellenspitze stehen. Das heißt, es geht darum, einmal um Bayern, es geht um Dortmund, es geht um Leipzig, es geht um Union Berlin und es geht um Freiburg. Das ist die Top 5. Und da heißt es, setze in deinen nächsten zehn Spielen, deshalb auch 0 von 10 Fortschrittspunkten, jeweils zwei Spieler aus diesem Verein ein. Um dieses Rätsel zu lösen. Also, da einfach auch eine Startelf quasi machen. Da ist jetzt auch wieder Zwiegespalten. Ich habe beides gelesen. Ich würde einfach machen, dass ihr jetzt einfach in die Startelf jeweils zwei von Bayern, zwei von Dortmund, zwei von Leipzig, zwei von Union und zwei von Freiburg packt. Also, jeweils von den Top 5 zwei Spielern in die Startelf. Dann bleibt ein Slot für euch frei. Und wie ihr den füllen könnt, dazu gleich nochmal mehr. Eiken Müller gibt es da einmal zurück. Genau, und das ist eben die Top 5 Aufgabe. Und da ist es dann eben zehn Spiele insgesamt mit jeweils zwei aus den eben erwähnten Vereinen eben voll machen und im Endeffekt eben nicht gewinnen, sorry, spielen. Also, da ist keine Gewinn-Geschichte mit dabei. Aber werdet ihr zweifelsohne sowieso teilweise machen. Denn, ja, mit den anderen Aufgaben, die ja noch gebunden sind, die eben Gewinn voraussetzen, wie zum Beispiel eben erwähnt, Herder BSC Berlin. Und wir kommen jetzt noch zur letzten Aufgabe. Das ist die Eisenstärke. Und da natürlich Eisern-Union. Wir haben auch Doki als Reward, den wir jetzt zurückbekommen. Das ist natürlich die Union-Berlin-Aufgabe. Und da heißt es, dieses Team hat die Fußballfans mit ihren tollen Leistungen in dieser Saison begeistert. Dieses denkwürdige Spiel war wichtig, denn es beendete ihre Serie von fünf sieglosen Spielen. Kannst du dieses Rätsel lösen? Hier haben wir 0 von 1 der Fortschritt. Und da müssen wir in einem Spiel zwei Tore. Und da kommen wir dann wieder zum Punkt Gewinnen. Und eben zwei Tore und Gewinn mit Union-Berlin-Spielern einmal machen. Also zum Beispiel natürlich dann Werner oder so. Und das habt ihr natürlich diesen Union-Berlin-Spieler eben beispielsweise dann auch bei dieser Aufgabe mit drin, wo ihr 0 von 10 Games dann machen müsst in dieser Top-5-Aufgabe. Da könnt ihr dann zum Beispiel mit einem, ja, Gioraldo Becker oder whatever das Ganze dann machen. Zwei Tore und gewinnen mit Union-Berlin-Spielern. Das also insgesamt die sieben Aufgaben. So, kommen wir jetzt aber zum nächsten Punkt. Und das ist erstmal Rewards. Die Frage, hör mal, lohnt sich das denn eigentlich, Flo? Fragte vielleicht. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, klar, hier bekommen wir ein 8-Bundesliga-Spieler-Pack. Wieder eine Chance, ein Bundesliga-Team-of-the-Season zu ziehen. Finde ich nice. Erfahrungspunkte insgesamt sogar doppelte. Erfahrungspunkte im Vergleich zu letzter Woche. Auch das sehr, sehr nice. Das heißt, ihr kommt natürlich auch im Season-Fortschritt, Team-of-the-Season-Swaps, sehr, sehr weit. Und vor allen Dingen weit her. Ja, also vielleicht sogar dann hoch auf Level 23 und etc. pp. Also, diese Packs, die er natürlich dann auch mitnimmt. Und unabhängig davon bekommen wir dann bei tolles Remis eben schon. Wir hätten 1181 plus Bundesliga-Pack. Und dann haben wir, ja, Eiken Müller. Vielleicht jetzt nicht so cool, das vielleicht noch zu kriegen. Aber vor allen Dingen dann noch Doki, den man da auch relativ easy kriegt. Und dann den Gruppenreward, wie ich finde, sehr, sehr gut. Tyramp haben wir uns gestern angeschaut. Wirklich eine Top-Karte. Und dann noch ein 50k-Set. Also, ich würde da auf jeden Fall alles mitnehmen. Und jetzt fragt ihr euch, ja, wie ist es denn mit dem Abschließen? Ich zeige euch gleich ein Team. Und da könnt ihr quasi sechs von den sieben Aufgaben direkt parallel machen. Das sind diese sechs Aufgaben. Und, ja, ausgeschlossen aus dieser Geschichte ist halt Stechen wie eine Biene. Weil wir eben da vier von eben Dortmund in der Startelf drin haben. Und das ist eben dann durch die eine Aufgabe nicht möglich. Und diese eine Aufgabe ist diese Top-5-Aufgabe. Und da habe ich euch mal ein Team zusammengestellt. Mit eben zwei Bayern, zwei Dortmund, mit zwei Leipzigern, mit zwei Freiburgern und mit zwei Unionsspielern. Und ihr seht, und deshalb ist auch er zum Beispiel gerade teuer. Ich habe ihn auch tradable. Ich habe ihn aber untradet am Start. Ein Gregoritsch, ja. Weil der eben in diesen Top-5-Squad mit reinkommt. Weil er eben Freiburg-Spieler ist. Und ihr seht es dann hier. Li Dong-Yun ist eben für mich dann der elfte Squad-Platz sozusagen. Der für mich dann dieses Hertha-Ding ready macht. Also Treffen und Gewinnen mit einem Hertha-Spieler ist eben dann hier kompletiert. Und dementsprechend ist das mein Tipp von meiner Seite aus an euch. Dass ihr am besten so diesen Squad rumherum euch bildet. Also, wir haben ein Flecken im Tor. Wir haben auf der rechten Seite ein Meunier. Wir haben dann Klostermann und Jekyll in der Innenverteidigung. Wir haben Davis. Wir haben Sané. Dann haben wir Grigoritsch, der eben auch Österreicher ist, um diese eine Aufgabe zu erledigen. Dann haben wir Li Dong-Yun für die Hertha-Aufgabe. Wir haben Reiner. Wir haben Werner. Und wir haben einen Becker. Also, zwei Union Berlin-Spieler mit Becker, mit Jekyll. Zwei Bayern-Spieler mit Davis und Sané. Zwei Dortmund auf rechts mit Reiner, mit Meunier. Und Klostermann und Werner von Leipzig. Dann, wie gesagt, Li Dong-Yun für die Hertha-BSC-Aufgabe. Und dann haben wir die Freiburg-Spieler, wie gesagt, Grigoritsch und Flecken. Wo eben dann die Österreich-Komponente mit Grigoritsch auf jeden Fall erfüllt ist. Ihr seht, ihr könnt theoretisch auch jetzt hier den Man of the Match nehmen als Österreicher. Ihr könnt Alaba nehmen, Anatovic. Ist egal. Und Osivo muss es nicht sein. Ja, das denken vielleicht der ein oder andere. Okay, das denken wirklich der ein oder andere. Das ist krass. Der ist jetzt wirklich gar nicht mehr da. Er ist für mich jetzt anschwertig. Sonst würde ich ihn wahrscheinlich jetzt direkt verkaufen. Also, wie gesagt, es muss nicht Odosivo sein. Es muss nicht Odosivo sein. Es muss einfach nur ein Österreicher sein, ja. Also, wenn wir da jetzt mal hingehen. Ihr könnt natürlich auch die Bundesliga und dann auf das Land der Österreicher. Da gibt es ja zum Beispiel noch von Wolfsburg ein Wimmer oder sowas. Baumgartner, Leiner. Aber, wie gesagt, die sind dann eben nicht in den Top 5 wie Hoffenheim oder Gladbach. Deshalb, wie gesagt, am besten ein, der auch dann aus den Top 5 ist. Und da ist halt Grigoritsch ganz, ganz nah dabei. Deshalb auch eher aktuell teurer. Genau. Also, das ist mein kleiner Tipp noch zum Abschluss mit dem Team, wie ich jetzt jetzt zum Beispiel zusammenbilde. Und dann die ersten sechs Aufgaben mache. Und dann außerhalb davon eben die BVB-Aufgabe dann Rallye mache. Ja, wahrscheinlich damit dann auch entspannt in Rivals gehen mit dem Bundesliga-Squad. Ich meine, das ist relativ easy dann zu machen. Die vier in die Startelf zu packen und dann die acht Spiele eben insgesamt zu machen. Das heißt auch, dass wir eben insgesamt dann 18 Games machen müssen. Acht eben hier inkludiert. Und die anderen zehn Games, die wir mindestens machen müssen für die Müller-Aufgabe. Da inkludiert dann eben da diesen Abstiegskampf mit Härte die Aufgabe zusammen machen. Also deckelt sich das. Und dann eben, ja, die acht weiteren Games. Da kommen wir also auf mindestens 18 Games, die ihr zocken müsst für diese Bundesliga-Jahresrückblick-Aufgabe. So, ich hoffe, ich habe alles rundum jetzt hier quasi mit euch zusammengepackt in diesem Video. Falls trotzdem noch Fragen sein sollten, nutzt es gerne in den Kommentarbereich. Ich werde alles dort bezüglich beantworten. Und wenn es euch gefallen hat und vor allen Dingen helfen konnte, dann lasst euch jedenfalls sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wir werden mich extrem unterstützen. Ja, und wie gesagt, teilt das Video mit euren Freunden, damit die auch Bescheid wissen. In diesem Sinne solltet es gewinnen sein mit dem kleinen Extra-Video zur Bundesliga-Jahresrückblick-Aufgabe. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Und damit bis zum nächsten Clip, bis zum nächsten Video. Euer Flo von Hatschi Gaming. Ciao, Leute.